Guten Tag, in diesem Video betrachten wir das Modul Time and Sales. Man findet es in der Karteikarte in der Abteilung Statistiken. Öffnen wir Time and Sales, wählen wir Ticker aus, klicken wir Apply. Erklären wir nun, was jede der Spalten bedeutet. Als erstes sehen wir den Preis der Vereinbarung, dann Volumen der Vereinbarung. Seit Tick Direkt widerspiegelt die Seite der Vereinbarung in ihre Richtung. Das heißt, wenn der Preis der aktuellen Vereinbarung höher als der folge ist, dann ist es Kauf und umgekehrt. Seit Aggressor widerspiegelt die Seite der Vereinbarung nach dem Initiatoren der Vereinbarung und wird durch Börsenangaben geregelt. Der Initiator ist meistens Marktorder, das die Vereinbarung initiiert hat. BIT-ASK sind die Preise der besten BIT-ASKS im Moment der Vereinbarung. BIT-ASK-Size ist die BIT- und ASK-Kürse im Moment der Vereinbarung. Momentan haben zum Beispiel 9 Lots den besten BIT-Preis und 2 Lots den besten ASK-Preis. Spread ist Unterschied zwischen BIT und ASK. Market Center ist die Börse, wo die Vereinbarung gehandelt wurde. Dann kommt die Zeit der Vereinbarung. In der Spalte S, Speed, wird die Geschwindigkeit des Handelsstromes visuell widerspiegelt. Je mehr Vereinbarungen es zur Zeit gibt, desto länger ist die blaue Linie. In Sell-by-Balance wird die aktuelle Anfragen- und Angebotsbalance visuell widerspiegelt. Auf der Systemsteuerung verfügen wir über Volumenfilter, Volumenfilter, mit der Hilfe wir kleine Vereinbarungen, die uns nicht interessieren, wegtun können. Wählen wir die notwendige Bedeutung, zum Beispiel 1000 Aktionen und jetzt haben wir nur die Vereinbarungen, deren Volumen 1000 Aktionen oder höher ist. Less-Volumenfilter ermöglicht Vereinbarungsfilter, deren Volumen niedriger als gewählt. Wollen wir zum Beispiel alle Vereinbarungen mit Volumen mehr als 1000 Aktionen, aber weniger als 5000 finden. Wählen wir die Bedeutung aus und klicken wir Apply. Spread kann man auch auf solche Weise filtern. Um die Geschichte Diamond Sells anzuschauen, aktivieren wir den Pausenmodus auf der Systemsteuerung. So können wir mit Hilfe des Mausrads oder da rechts die Geschichte vorspulen. Hidden Tics widerspiegeln die versteckten Tics und werden türkis gezeigt. Jetzt gehen wir zum aggregierten Modus vom Diamond Sells. Aktivieren wir Aggregate auf der Systemsteuerung und klicken wir Apply. So kann man die Vereinbarungen sowie nach dem Preis als auch nach dem Order aggregieren. Wenn wir die Angaben nach dem Preis aggregieren, fassen wir alle Vereinbarungen zusammen, die nacheinander mit einem Preis und einer Bedeutung gehandelt wurden. Wenn wir die Angaben nach dem Order aggregieren, werden alle Vereinbarungen nach Ordern zusammengefasst. Die Zusammenfassung wird zu einem Order, wenn der Preis und die Zeit der Vereinbarungen gleich sind. Auf solche Weise wird es gemeint, dass es eine große Vereinbarung sei, die mit kleinen Ordern gehandelt wurde. Jetzt erklären wir, was jeder der Spalten in dem aggregierten Modus bedeutet. Delta Tic Direct ist Delta, das nach dem Tic Richtung ausgerechnet wird. Das heißt, wenn der aktuelle Preis höher als der vorige ist, ist das ganze Delta für den Kauf. Delta Aggresso ist Delta, das nach dem Initiatoren der Vereinbarung ausgerechnet wird. Es ist genauer und rechnet Käufer und Verkäufer getrennt in jedem Print. Genaue Informationen über den Unterschied zwischen diesen zwei Deltas finden Sie im Artikel. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Max Trade ist die Bedeutung der maximalen Größe der Vereinbarung. Trades ist die Zahl der Vereinbarungen in jedem Print. Average Trade ist die Mittelgröße der Vereinbarung. Hidden Volume ist die Spalte mit dem verstärkten Volumen. Gehen wir jetzt zu Setup-Menü. Da verfügen wir über Limits Einstellungen zu jeder Spalte. Nehmen wir zum Beispiel die Volumen. Wählen wir die suchende Bedeutung aus, zum Beispiel 5000 Aktien. Wählen wir die Schriftfarbe, die Hintergrundfarbe und Grenzenfarbe der Zähle aus. Wir können auch die Zeitgrenzen der Filterwirkung auswählen. Alert ist die Signaltonbenachrichtigung bei der Erscheinung des gesuchten Volumens. Repeat ist die Wiederholung des Signaltones, bis wir es mit der Hand nicht ausschalten. Das macht man in Setup-Einstellungen, Stop Local Alerts oder man klickt Ctrl-A. Log widerspiegelt die Signaltone in der Liste aller eingesetzten Signaltone. Die Funktion finden wir im Hauptfenster Market Watch, Alerts, Alert Log. Message ist die Benachrichtigung über einen neuen Alert. Focus on – das Fenster wird beim Alert blinken. Es lohnt sich, wenn man viele solche Fenster hat und sofort sieht, wo genau es Alert gibt. Sound ermöglicht herunterladen eigener Audio-Dateien. Klicken wir in New. Jetzt sehen wir alle eingegebenen Bedeutungen. Change Columns ist Einstellung der Spalten, die widerspiegelt werden. Jetzt gehen wir zu den Haupteinstellungen des Fensters Time & Sales. By Cell Balance Time zeigt das Gesamtdelta in gewählter Sekundenzahl und gehört zu der rechten Spalte By Cell Balance. Speed Time reguliert die Widerspiegelung der Geschwindigkeit des Handels in der Spalte Speed. Hier zum Beispiel werden die Vereinbarungen Liste für Sekunden berücksichtigt. Include Milliseconds in Time widerspiegelt die Zahl der Millisekunden in der Spalte Time. Raw Color ist Beleuchtung der ganzen Zeile mit einer Farbe für die Widerspiegelung der Vereinbarungsrichtung nach Aggressor, Tick Direkt Tick Richtung oder ohne die Beleuchtung. Das wäre alles. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung an. Wir helfen Ihnen gerne. Kontakte finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. brauch. Vielen Dank.